und eine herzlich willkommen auf meinem kanal timo tv wir spielen heute wieder Call of Duty Mobile und zwar spielen wir jetzt gleich Überlebenskampf also zombie modus spielen wir gleich aber ich würde mal sagen doch stopp wir machen jetzt eine runde zum zombie modus spielen wir erstmal eine runde danach spielen wir mal kurz eine rangenliste dann zeige ich euch kurz mein problem ich habe bei der rangenlistenspiele habe ich die m13 aufgepeppt aber es gibt zwei probleme damit aber eins ist die schon stark genug neben mir ist ein rockstar stehen so ein angebot um rebe und you don't die not that you have much choice back off doc hey kid i know what you're thinking what could sound more appealing ja das ist ein kleineres drange gebet wie wir es trust me i know the feeling but listen this place is not hell it's getting worse fast rick toffen is stepping up to repair our teleportation device it's not gonna be an easy job find us provide support here didn't skinnier ob das eine COD nur was rauskommt ne das ist fast keiner dieser skin hat fast keiner armchamp aber nicht jeder nicht jeder das ist besonders die die skin auch in der CODart dann schreibt mal das in den Kommentaren aber ich glaube das haben voll ähm bestimmt sehr selten ne weil das ja das ist am Anfang auskam das ist die Kiste wie teuer ist die 850 als ein Doktor ist es meine Aufgabe zu verbrechen durch die Rift hat die Welt durch die ETH die ETH hat die ETH die ETH die ETH die ETH dann werden wir bestimmt noch Probleme haben wir haben jetzt keine schwere Munition finden jede Munition ist wichtig alles aussammeln das ist die die ETH 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 ich muss gleich mal was gucken aber erb gleich ah shit dann sehen wir mal bitte auf Talentsstufe dann schauen wir mal kurz auf Talentsstufe dann gehen wir mal nach Talentsstufe dann gehen wir mal nach Talentsstufe dann gehen wir mal nach Talentsstufe und äh ah da tut das aus die ETH auf Talentsstufe die ETH die ETH Ich hab mal Hardcore gespielt und das ist das übelste. Warum ich jetzt so spiele es war, weil die Tommel super alt ist. Aber ich habe keinen Überblick. Oh mein Gott. Scheiße. Jetzt kann ich nichts machen. Jetzt kann ich nichts machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh 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 Gott. Das ist viel besser. Oh Gott. 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 Stopp! Wir müssen da endlich hinbeschließen. Das war eine Beweilung. Wir versuchen uns zu schrauben, wenn die Sonne ist, und schrauben Sie die Zeit, wenn es kommt, will Sie? Das Brickin'-Koward. Das ist nicht so kompliziert. Nur auf die Vortex. Wenn die Esterik-Energie rages in der Nacht, die Transmissions öffnen, und diese Monster sind dann getrennt durch die Energie. Wie Raccoon, drawn zu den Dumpden. Aber diese sind immer mehr Spaß zu machen. Schrauben Sieg mit! das ist ja schnell weggekommen, er will hier einsteigen er will hier einsteigen hmmm mir wurde dann auch so oft schon abgezogen aber was soll ich machen? keine Zeit keine Zeit und schnell, schnell, schnell dass die jetzt hier unten oder unten die Kisten sind jetzt im Moment an, wo ich jetzt bin ich gehe jedes mal da drauf so, endlich verdammt ein bisschen und schon dort dort kommen jetzt habe ich aber schlecht gespielt jetzt habe ich wirklich sehr schlecht gespielt jetzt muss mal ich kürze auf ähm ich muss jetzt nicht einsammeln ähm und zwar ich muss mal einstellen, dass ich ähm dieses Egon extern woanders hinschieben und ich verrascht die steuere Marsch auf jeden Fall so das wird versticken und das schau ich nicht steuere schau ich schau mit die 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 sie Krass 7, 8, 9. Holy shit. There are even more cracks for the monsters to teleport through now. Get ready soldier. It's gonna be a big one. I can't shoot her. Get those bastards away from it. I'm just checking it. Okay. I can't shoot them. Reloading. Oh, there's time to get. I have to get the Minigang. Fuck. No. Oh shit. Can I just say? We're going to play. I have to go now. The portal is open. Ten. We're going home. Ah, leider. Zweiter Platz. Egal. Trotzdem go on. Ja, dann wartet mal einen Moment. So, da bin ich wieder. Jetzt spielen wir noch eine letzte Runde Rangliste. Eh. Ehm. Ich stimme jetzt nicht auf. Ehm. Ehm. Sego Scherz. Ehm. Die M13. Die ist stark. Wo bin ich denn jetzt? Okay. die m13 ist da stark also die schicht schnell abdrage jetzt gerade gesehen der klein bisschen schatten rückstoß und was mich am meisten stört ist die magazin ihr seht hier 30 von 120 habe also 30 schuss in dem magazin ja ich bin na was scheiße ich muss scheiße Man hat einen Sniper, so ist hier Easy peasy Ja, das war, das war, das war scheiße von mir, bin ich ganz ehrlich, das war, das war, also das war, das war, was seit США He's too close, fight her. He's taking the lead. Enemy down! He's back up! Enemy down! I'm hurt! I'm hurt! Changing mag, cover me! He's back up! Enemy down! I'm hurt! Reloading, cover me! Enemy contact! Cover me! I'm hurt! Target down! Enemy contact! Enemy down! Fittish. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. I'm hurt! Where's that? Oh, there's a gun! Enemy down! oh mein gott war das schlecht warum habe ich nicht weiter abgedrückt wie behindert war das denn jetzt von mir ja schon anvisiert wenn er schon anvisiert ist und du bist noch nicht anvisiert dann weißt du ganz genau dass du schon sterben tust ganz einfach geklappt diese waffe ich hab könnte mal kompatieren wir haben die m13 so besser auf das hat ziemlich schlau jetzt ist nichts mehr schade 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 wir haben trotzdem gewonnen ich hoffe es hat euch das video gefallen like nicht vergessen abbonieren nicht vergessen wer da dritter platz könnt ihr aber in die kommentaren schreiben welcher level ihr seid welche eure lieblingswaffe ist ich glaube ich muss an dieser m13 noch mal versuchen was machen wir haben warum mich da jetzt bei der rangleichte so niedrig bin ich nicht daran weil ich ganz am wetter royal spiel und da bin ich fast denkend ja bei der rangleichte ja habt noch einen angenehmen tag raus da rein ciao ja 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 ja